Schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Zuske von der Implantatfirma Camlock. Wir stehen hier in der HDR11.3 am Easy-Stand der Firma Camlock und neben den Messeneuheiten, Ceralock und den Biomaterialien haben wir uns bei dem Easy-Implantat-System voll auf den digitalen Workflow konzentriert. Gerade der Zarek-Anwender hat jetzt die Möglichkeit, direkt über den Einbringpfosten des Easy-Implantates einen speziellen Scanner-Data zu adaptieren, sodass er sofort intraoral abscannen kann. Das bietet einen sehr effizienten und sehr einfachen Workflow in der Praxis, ganz ohne Modellherstellung. Ich möchte Ihnen jetzt hier einmal den digitalen Workflow an dem Easy-Implantat-System demonstrieren. Nachdem Sie das Implantat mit dem Einbringpfosten inseriert haben, können Sie direkt auf den Einbringpfosten des Easy-Implantates den Scanner-Adapter obendrauf adaptieren und den speziellen Sirona Scan-Body obendrauf setzen und jetzt intraoral mit der Omni-Scan das Ganze digital erfassen. Nachdem Sie das getan haben, können Sie den Scanner-Adapter herausnehmen und den Easy-Gingiver-Former auf den Einbringpfosten adaptieren und den Patienten entlassen. Ich freue mich auf Ihren Besuch hier in der Haller 11.3, so wo ich Ihnen die neuen Neuigkeiten zeigen kann. Vielen Dank.